Willkommen Freunde zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin es wieder, euer Alex und es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt und dabei seid zu einer neuen Frage-Antwort-Runde. Ich lese eure Kommentare und beantworte diese Fragen hier in diesem Video hautnah für euch. Deshalb für euch hier in diesem Falle, stellt gerne Fragen unter anderen Videos, unter spezifischen Videos, aber auch gerne einfach spontane Fragen, die euch so einfallen in Bezug auf Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen. Wie Amazon und Ebay, hier direkt unter diesem Video und vielleicht die eine oder andere Frage zu den Fragen, die auch auftauchen, die tiefgründiger sind, gerne hier mal stellen. Ich gehe so schnell wie möglich darauf ein und werde das eventuell in einem weiteren Frage-Antwort-Video euch beantworten. Aber auch natürlich so beantworte ich die Fragen direkt unter eurem Kommentar. Ja, falls du neu auf diesem Kanal dabei bist und wie du schon gehört hast, geht es hier um E-Commerce, um das Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und Ebay. Und hier gibt es hier die verschiedensten Schritt-für-Schritt-Anleitungen und das interessiert dich, dann abonniere gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so verpasst du dann auch kein weiteres Video mehr. Wenn dir dieser Content gefällt, vor allem die Frage-Antwort-Runden in dem Falle, dann gib dem Video gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich darüber und es hilft uns unserer Community weiter. Lass uns mal direkt mit der ersten Frage beginnen. Und zwar fragt hier ein Zuschauer, woher weiß ich, ob ich eine 13-stellige ERN-Nummer brauche oder eine 8-stellige? Woher weiß ich das? Also, falls du das Video nicht gesehen hast, beziehungsweise du hast es glaube ich sogar unter dieses Video geschrieben, auch für alle anderen ist das natürlich ein Thema. Falls ihr ein eigenes Produkt inserieren möchtet, produzieren möchtet und auf den Markt bringen möchtet, braucht ihr natürlich eine ERN-Nummer. Dazu habe ich ein ausführliches Video gemacht, welche Nummern es da so gibt, an Strichcodes und so weiter, findet ihr unten in der Videobeschreibung, sowie auch alle anderen Informationen zu diesem Frage-Antwort-Video. Also, in der Regel ist es so, dass eine ERN-Nummer, die ja für den europäischen Raum gängig ist, aus 13 Ziffern besteht. Es gibt auch 8-stellige Ziffern, das ist dann aber nicht die Regel tatsächlich und ist in Ausnahmefällen zu gebrauchen, wenn die Verpackung sehr, sehr klein ist und dann der Strichcode und auch die Stellen der Ziffern etwas kleiner sein müssen. Dann nutzt man die 8-stelligen Nummern, aber in der Regel nutzt man die 13-stelligen ERN-Codes. Wie gesagt, dazu ein ausführliches Video unten in der Videobeschreibung. Falls Fragen dazu sind, gerne natürlich auch nochmal stellen. Nächste Frage, Nummer 2. Ich habe Codes gekauft. Wie kann ich meine Codes aktivieren und meiner Ware zuordnen? Also, eine direkte Nachfrage von einem anderen Zuschauer noch zu diesem Video, was auch jetzt in der Videobeschreibung ist. Es ist nämlich so, bei gs1-germany.de, meine ich war das, könnt ihr ERN-Nummern und GT-Nummern kaufen und bestellen. Diese könnt ihr auch dann spezifisch dem jeweiligen Produkt zuordnen. Jedes Produkt, jede Farbe, jede Variante und Größe muss eine eigene ERN-Nummer besitzen. Deshalb schaut es euch ganz genau an. In der Videobeschreibung habe ich euch das Video verlinkt. Dazu gehe ich dann etwas spezifischer ein. Und dann wird natürlich dieser Code, wenn du deine Produkte diesem ERN-Code, dieser GT-Nummer zuordnest, wird es auch dem zugeordnet. Und dann ist es automatisch in der Regel auch aktiv. Im Backoffice kannst du die jeweiligen Produkte den Codes zuordnen. Ich warne davor, diese Codes irgendwo auf anderen Marktplätzen oder bei Ebay zu kaufen. Da gibt es nämlich welche Anbieter, die irgendwelche ERN-Codes anbieten. Und das ist auch viel günstiger, als es bei gs1-germany.de möglich ist. Aber da, wie gesagt, gehe ich auch aufs Video ein, dass das lieber nicht gemacht werden soll. Kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar fragt hier ein Zuschauer. Was ist, wenn ich meine Elektrogeräte aus China und mit einem eigenen Markennamen bestelle? In diesem Fall muss ich eine WEEE-Registrierungsnummer beantragen oder kann ich die WEEE-Nummer eines anderen Verkäufers verwenden, der dasselbe Produkt auf Amazon verkauft? Sehr gute Frage, danke dafür. Also das WEEE-Thema ist ja schon bekannt. Darüber habe ich auch bereits ein Video gemacht, dass ihr die Registrierungsnummern für eigene Produkte natürlich registrieren müsst und diese ausweisen müsst. Aber für Handelsware, die bereits irgendwo produziert und registriert wurde durch den Hersteller, müsst ihr diese Nummern natürlich auch angeben und an Amazon mitteilen. Schau dir das Video gerne an, sonst, wie gesagt, kannst du diese Produkte bei Amazon und anderen Marktplätzen nicht anbieten. Das habe ich auch in den jeweiligen Schritt-für-Schritt-Anleitungen gezeigt, wo du diese WEEE-Registrierungsnummer eingeben kannst und einstellen kannst. Die eindeutige Antwort dazu lautet, nein, du kannst natürlich nicht einfach von anderen Herstellern und anderen Verkäufern, die identisch die gleichen Produkte haben und dafür die Nummern verwenden. Wenn du vor allem mit deinem eigenen Markennamen etwas inserierst und verkaufst und produzieren lässt in China und importierst, dann musst du selbstverständlich hier die WEEE-Registrierungsnummer selbst beantragen. Wie gesagt, bei welcher Stelle du das machen kannst, findest du unten in der Videobeschreibung zu dem ausführlichen Video dazu. Kommen wir zur nächsten Frage und zwar ist das auch eine sehr spannende Frage, was viele angehen könnte, die gerade so Fuß fassen für den Verkauf und die Kleinunternehmerregelung anwenden. Und das ist vielleicht für manche ein bisschen unklar mit der 19% Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer, wie das gehandhabt wird. Und zwar fragt hier ein Nutzer, dass er gerade die Kleinunternehmerregelung anwendet und einen Ebay-Shop hat und ihm wurde von Anfang an die 19% Mehrwertsteuer in Rechnung gestellt. Nun fragt er, falls ich irgendwann kein Kleinunternehmer mehr bin, muss ich die Umsatzsteuer zahlen, reicht es dann das, was bei Ebay sowieso automatisch abgezogen wird, diese 19% oder muss ich trotzdem irgendwas an das Finanzamt zahlen? Danke im Voraus. Ja, ihr müsst so sehen, ich habe darüber auch bereits ein Video schon mal gemacht mit der Umsatzsteuer und der Kleinunternehmerregelung, findest du auch in der Videobeschreibung. Also, in der Regel, wenn ihr die Kleinunternehmerregelung anwendet, dann alle gestellten Rechnungen mit der Umsatzsteuer werdet ihr natürlich auch den Brutto-Betrag inklusive der Umsatz- oder Mehrwertsteuer, sprechen wir mal hier von der Mehrwertsteuer, obwohl Umsatzsteuer genau das gleiche ist, falls ihr das irgendwo hört, wird natürlich mit 19% euch in Rechnung gestellt und ihr bezahlt immer den Gesamtbetrag. Generell zahlt ihr immer den Betrag, wenn ihr aber umsatzsteuerberechtigt seid und diese abführt, bekommt ihr diese natürlich auch wieder. Aber das geht nicht in der Kleinunternehmerregelung, das ist ganz wichtig zu verstehen. In diesem Fall, um nochmal zurückzukommen auf die Frage, wenn du eine Rechnung von Ebay bekommst mit der 19% Mehrwertsteuer, dann wirst du sie natürlich bezahlen müssen, wenn du die Kleinunternehmerregelung anwendest und bekommst die 19% auch nicht wieder. Solltest du jetzt irgendwann von der Kleinunternehmerregelung wegkommen und machst ganz normal deine Umsatzsteuererklärung, dann kannst du alle Rechnungen, alle Eingangsrechnungen, die du als Käufer oder Händler bekommst, kannst du natürlich als Vorsteuer vom Finanzamt erstatten lassen. Das passiert dann mit der Vorsteueranmeldung. Aber dafür musst du dann auch natürlich wissen, alle Rechnungen, die du an Kunden stellst und ausstellst, müssen dann auch natürlich deine Mehrwertsteuer ausgewiesen bekommen und diese führst du ans Finanzamt ab. Dann wird die Eingangsrechnungen zu den Ausgangsrechnungen gegengerechnet und dann ergibt sich entweder eine Zahlung ans Finanzamt mit der Umsatzsteuer oder eine Erstattung. Das ist hier die Frage dann. Das macht in der Regel dann dein Steuerberater, wenn du da mehr Informationen zu haben möchtest. Wie gesagt, gerne das Video anschauen. Ansonsten verbindliche Informationen immer mit einem Steuerberater besprechen, falls es das Thema Steuern angeht. Und noch eine Frage und zwar geht es hier. Ich weiß nicht, ob du es schon irgendwie beantwortet hast, aber darf die Deutsche Post bzw. DHL, mein Paket, welches sie selbstständig verloren haben, worauf ich keinen Einfluss habe, einfach zerstören oder verkaufen, versteigern etc. Gute Frage auch tatsächlich, passiert mir auch immer mal wieder, dass ein Paket verloren geht, auf dem Weg einfach nicht mehr weiter gescannt wird und und und. Da gibt es viele Szenarien und Fälle, die passieren können. In der Regel ist es so, kann ich gleich sagen, zerstören und verkaufen passiert in der Regel nicht. Verkaufen sowieso nicht, meines Wissens. Zerstören kann sein, dass irgendwelches Produkt, was Flüssigkeiten beinhaltet oder so, dann natürlich irgendwie auch entsorgt werden muss, vor allem wenn es sich hier um Gefahrgut handelt oder wie auch immer. Aber hier geht es ja darum, dass das Paket verloren gegangen ist, ja selbstständig verloren durch die DHL oder durch die Post. Ja, dann ist es meistens so, dann muss man natürlich hoffen, dass das Paket auch irgendwie gefunden wird, aber leider, leider ist es die Regel, wenn ein Paket einfach nicht mehr weiter gescannt wird und innerhalb von zwei bis maximal drei Monaten einfach nicht mehr keinen weiteren Scan bekommt und nie wieder bei dir ankommt, dann kannst du das Ding abschreiben. Dann ist es ein Verlust. Du kannst, dazu habe ich auch ein Video gemacht, eine Schadensanzeige bei der DHL stellen und dann dementsprechend versuchen, den Schadensersatz von DHL zu fordern. Funktioniert auch in der Regel, wenn das alles rechtens abläuft und du einen Nachweis hast und eine Rechnung hast. Dann bekommst du das Geld und Schadensersatz wieder, aber das Paket wird in der Regel nicht aufgefunden. Sollte es aber dennoch gefunden werden, wird es immer an den Absender zurückgeschickt. In dem Falle an dich als den Versender. Und dann bekommst du das Paket natürlich wieder, kontrollierst es, ob das auch in Ordnung wieder zurückgekommen ist, ob die Ware beschädigt wurde oder nicht und musst natürlich dann auch deinen Schadensersatz, den du vielleicht schon vorab bekommen hast, an die Post zurückerstatten. Da werden sie sicherlich auf dich zukommen, also denke nicht, dass die das vergessen haben, weil die haben natürlich solche Tracking-Monitore, wo die dann speziell diese Fälle, wo auch ein Schadensersatz erfolgt ist, sehen, ob diese Pakete dann an den Absender zurückgekommen sind. Und dann werden sie natürlich auch diesen Schadensersatz zurückfordern. Und das machen sie auch. So, das war in dem Falle die letzte Frage. Ich gucke nochmal durch. Ich glaube, irgendwo war nochmal eine Frage hier. Ne, das war's. Fünf Fragen, wie gesagt. Und das mache ich jetzt öfters mal, falls dir dieses Format gefällt. Gerne einen Daumen nach oben. Vielleicht ist demnächst auch mal deine Frage mit dabei. Und dann freue ich mich natürlich, wenn ich in dem Falle euch weiterhelfen kann mit den Frage-Antwort-Videos. Und freue mich auf euren nächsten Feedback unten in den Kommentaren. Viel Spaß weiterhin und viel Erfolg beim Kaufen und Verkaufen. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Ciao.